Hey Freunde und willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth Es ist 3 Uhr in der Früh einem Montag Und ja random ne Weil winstig minus 2 Oh Gott ja ich hab 2 mal verkackt Seit dem letzten Run Isaac hatten wir Ich hab oh ne scheiße ich weiß nicht welchen Charakter wir im letzten Run hatten Deswegen nehme ich jetzt einfach Isaac Das ist mir jetzt egal Ich weiß grad echt nicht wen wir jetzt da letztes Mal Was warum hab ich die Bombe Was Ne alter Leute Sorry Das geht gar nicht Alter Ich hab die ich hab War wahrscheinlich grad auszusehen auf E gedrückt So jetzt aber Lasertiers Nein das ist nicht Tech 2 Kacke Ich weiß halt nicht Ja ob das Tech am Anfang keine Ahnung Es geht gut los Ich bin direkt Außer Fassung Toll, ne? So. Ich klinge wahrscheinlich etwas heißer. Huchala. Das tut mir leid. So ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit Tech, Alter. Ob das ein Run wird, ey? Oh Gott, ich frage mich ja echt, ob das ein guter Run wird, ey. Wenn wir mit Instant Tech rumrennen. Ja, wieder der Raum. Ihr seid so nett, Alter. Ihr seid so unglaublich nett. Ihr seid so unglaublich nett, ey. Meine Fresse. Komm. Oh Gott. Was, ich kann nicht durch? Hä, wie habe ich das denn gerade geschafft? Hä? Lol, okay. Ich verstehe nichts mehr. Ist okay. Ist das irgendwas Besonderes? Ne, basement 1, ganz normal. Okay. Okay, okay, okay. Huuuuh. So. Sterben. Oh Gott. Es geht nicht gut los, weil Tech ist echt nervig. Wobei, es ist ja quasi wie Tiers, ne? Wir. Half up. Oh, meine Fresse. Okay. Es entwickelt sich doch wieder gut. Oh, half up. Erste Pille ist eine half up Pille. Ist da heftig. Gut, der Vorteil ist, ne? Wir haben jetzt quasi Piercing Shots, ne? Das ist, äh, das ist, äh, durchaus grandios, finde ich. Muss ich doch so sagen. Das ist doch schon lohnenswert. Ja, hey, wir schaffen das nicht, uns da durchzusprengen komplett. Das wir nicht schaffen, deswegen wir das auch nicht machen. So, Boss, komm. Monstro, okay, easy. Hoffentlich. Also müsste theoretisch easy gemacht sein. Ich mein, wir, wir, es ist jetzt wie Tiers, ne? Das ist ja, und ich würde, ich weiß nicht, gut, ist Tech jetzt stärker als, als, als Standard-Tiers von Isaac? Weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es ja, könnt ihr es ja in die Comments, äh, schreiben. Und stimmt, ist, 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 ist Tech stärker als die Standard-Tiers, jetzt ohne irgendwelche Damage-Upgrades? Frag mich halt gerade, wie jetzt Damage-Upgrades, äh, skalieren, ne? Wie das wohl ist? Und mit Tech haben wir auch eine bessere Treffer-Rate und vor allem eine High-Range. Ja, High-Range auf jeden Fall. Oh nice, nochmal P-Up. Cool, okay, dann gehen wir weiter. Äh, ähm. Ach ja. Ich hab mein Sklafröp uns so richtig verkackt. So richtig, richtig. Und, ne? Deswegen hier, drei Uhr morgens wird Isaac aufgenommen. Scheiße. Da, komm. Boom. Motherfucker. Stirb. Oh, ne super Form of Doom, alter. Cool, das Gute ist auch, dass wir die Gegend nicht mehr so zurückstoßen, was manchmal sehr, sehr nervig ist. Ohne Witz, ich sag's euch, Half-Down. Luck up. Wow, okay. Okay, 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 okay. Okay, okay. Oh, Mann, alter. Da kannst du einfach nichts machen, ey. Okay, noch ein Schlüssel. So, nicht zu viel Herzen verlieren. Jetzt aufpassen. Ne? Weil sterben möchte ich jetzt nicht unbedingt. Das wäre, das ist so kacke. Weil ich hab halt, also es, es, es würden ja mehrere Isaac-Videos kommen. Aber, das Problem ist, ähm, ich verkackert sehr oft oder hab jetzt in den letzten paar Versuchen sehr oft verschissen. Und deshalb, was ist das denn? Master of Lockpaper? Lock Clipping? Okay, geil. Ja, und, äh, ich hab halt immer nicht die Motivation, wenn ich einen Run verkackt hab, ihn, also dann direkt danach nochmal in neuen Versuchen aufzunehmen, weil ich ja nicht weiß, ob der dann auch was wird. Also, deswegen mach ich immer nur einen, also einen Versuch und ob da was wird, ne, seht ihr dann, ja, oder halt auch nicht. Wieso, ich lade, ich lade ja auch, also ich lade Runs hoch, wo ich halt mindestens bis, bis zum Mams, bis zum, bis zum Mams Fuß komme. Alles, was darunter ist, lade ich ja nicht hoch, äh, lohnt sich in meinen Augen nicht. Oblauchstein, ach, wir haben keine Bombe. Kacke, ey. Außer natürlich, ihr wollt, dass ich jeden Scheiß hochlade, dann hab ich damit auch kein Problem. Aber, ne, das wäre dann auch zu viel. Weil, also, es gibt echt, echt teilweise so oft, wo ich schon Ebene 2, 3 oder halt dann einfach mittendrin sterbe, so. Ist halt kacke. Deswegen, da lade ich nicht alles hoch. Oh, nice, Damage ab, ne? Yes, Chemical Peel. Boah, ich hoffe, das ist echt ein Damage-Up jetzt auch für unser Attack. Ich mein, wir schießen ja mit dem Auge, ne, so eigentlich, theoretisch. Ja, theoretisch, das ist ja jetzt ja, wir schießen mit dem Auge, was mehr Damage macht. So, ich frag mich nur erst auf grad, was das Trinket macht. Oh, ich hätte so gerne eine Bombe, ey. Fuck my life, ey. Das blaue Herz nicht vergessen. Schreibt mich bitte in den Kommentaren an. Schreibt mich an, dass ich das nicht vergesse. Dingle, oh Gott. Okay, wir machen doch mehr Schaden, doch, man sieht's jetzt. Was? Ey, never. Mann, Alter. Jetzt ohne Witz. Kannst du nicht, okay, ich wollt grad sagen, kannst du nicht genau das machen, weil das hab ich definitiv lieber. Gott, ey. Was? Oh, du scheiß Kackhaufen, Alter. Never, 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 never. Mann, ich krieg so viel Schaden, oder Witz, das ist doch Kacke, ey. Oh, was ist das? Damage Up? All Stats Up sind Shuffled. Lol. Guck dich an, Alter. Okay, aber All Stats Up haben wir jetzt ein Herz. Ne, wir haben jetzt, also nicht All Stats Up. Wir haben keinen. Wir haben kein Herz dazu bekommen. Kein Herzcontainer. Okay, aber gut, die Feuerrate, ne, die ist jetzt krass. Das ist jetzt schon mal okay, das ist doch cool. Gibt es nicht eigentlich auch, warte mal, Tag 2 war Dauertag, ne? Dauertag plus Tears. Das ist halt ja der, der Only Tag. Boah. Okay, also Tears Up hilft uns also auch, scheinbar. Ja, Tears Up hilft, okay, cool. War im alten Alter, glaube ich, nicht so, dass du Tears Up mit Tag kombinieren konntest. Das, äh, das ging nicht. Wird es auf jeden Fall nicht verkacken. Mühe geben, oh nice. Oh, ich dachte gerade, One Shot, aber okay. Zwei Schüsse sind auch okay. Komm. Einen Schlüssel, ey. Ich brauche unbedingt Herzen ohne Witz. Mann. Gott, Alter. Hass Gegner auf Doom. Oh Gott, Last, ey. Ich glaube, so kann man den ganz gut hier so kiten. Like a zombie-Modus. Bap, 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 stirbt. Oh nice, Poison-Touch, yo. Jetzt haben wir natürlich die Bombe, die wir bräuchten, für die, für die die davorige Ebene gebraucht hätten. Toll. Seid ihr nett. Zack. Und da, oh, jetzt ist da natürlich, oh Gott, ihr seid so kacke, ey, Leute. Okay. Immer ein halbes Herzchen. Okay, dann, die scheiß Spinnen. Jetzt haben wir die Bombe, mal da. Gott, ihr seid doch unfair. Wir schaffen es zu sp... Ne, das geht nicht. Wir schaffen es nicht, uns da durchzuspringen. Also da hoch. Nicht hoch. Darüber, meine ich. Gott. Ja, es ist drei Uhr. Was soll ich tun? Mann, ich stand doch... richtig ausgewichen. Gott. Was hasse ich ja dann echt, ey. So die... So die... So der kleinste Pixel der Hitbox einfach mich noch trifft. So was direkt auf. So was direkt auf. So. Dingle. Mini. Stirb. Komm. Okay. Aber jetzt die ganze Kackhaufe kaputt machen. Komm. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Machst du doch alles Schrott. So, hallo. Dingle. Wow. Ich stirb. Okay. Immer treffen tun wir ja auch nicht. Wie meinst. Oh, geil. Herz. Nice. Hier ist der Item. Was gibt's ja... Oh Gott. Was ist das? Oh, ich... Was ist das? Bouncing. Tears. Ach, das ist... Ähm, hier. Das Item, was die Tränen abprallen. Letztendlich. Ich find's schade, dass das nicht mit... Dass das nicht mit... Mit Tech oder Brimstone kombinierbar ist. Hatte ich ja schon mal... Hatte ich ja schon ein paar Mal mit Brimstone. Jetzt gab das Item sogar. Also... Brimstone hatte ich jetzt, glaube ich, schon dreimal. Ich glaub, zweimal hatte ich da... Bouncing Tears auch gefunden. Das find ich ein bisschen ärgerlich. Was ist das? Speed Up. Uh. Coole Sache. Okay, also bis jetzt nur gute Pillen. Isaac. Isaac bringt Glück. Isaac bringt Glück. Zacki-Zacki-Raum. Nee, da geh ich selten rein. Da ist... Also im Rebuff ist da in meinen Augen manchmal echt sehr viel Scheiße drin. Wobei wir haben ein rotes Herz hier zu liegen, ne? Ach ne, ein ganzes, ne, da kommen wir nicht ran. Da kommen wir ja nicht ran. Da kommen wir ja nicht ran. Äh, Shop. Nö. Nö, Shop. Brauch ich nicht. Wer ist das denn? Kenn ich gar nicht so. Oh Gott, der hat den... Geh ich auf Doom. Oh Gott, okay, aber der ist easy. Boah, nicht, aber nicht, wenn er so weit ballert, ey. Lehrer. Ach Gott. Den auch noch so auf den anderen Quatsch konzentrieren ist heftig. No, Alter. Spuckt so unglaublich weit. Komm, 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 easy. Ist ein easy Boss, eigentlich. Okay. Okay, boah, stimmt ja, weil... Wir könnten... Wir könnten... Taki-Taki-Raum. Weil, blau's Herz hier. Ne, Alter. Ich lasse es bleiben. Never, never, never. Never, never. Elf Minuten schon, wir sind jetzt in der vierten Ebene. Karass. Ich hoffe, wir schaffen es bis zum Marm. Körs das so dark. Oh, sorry an alle, ne? Irgendwie... War so, waren so die letzten... Videos doch recht dunkel. Also, sobald man irgendwie... Sobald irgendwie... Was dunkleres da war, war es einfach so mega abgedunkelt. Also, ich weiß nicht, Sony Vegas... Ich hab nämlich... Jetzt ja durch die 60 FPS... Äh, 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 äh... Hab ich jetzt halt ein neues Render-Profil, so. Komplett neu. Och Gott, ey, Poison hat schon immer neu. Und deswegen, äh, nicht... Äh, und seitdem ist alles dunkel. Deswegen werde ich mal schauen, ob ich das... Vielleicht wieder hinkrieg, weil... Weil ich bin der Meinung, dass das jetzt erst seitdem mein Render-Profil alles so dunkel erscheint bei mir. Also, mir kommt alles viel dunkler vor als vorher. Deshalb werde ich mal schauen, dass ich mir da... Was besseres, Neues raussuche vielleicht. Ja, komm, an die Kiste will ich ran. Ja, doch, hat sich, hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall. Oh Gott, dann auch noch so eine Schei... Oh, fuck. Ohne Witz, was... Kreuzspinnen, Alter. Behindertsten Spinnen ever. Gott. Gott. Ich kriege einfach so viel Schaden, ey. Das ist so ärgerlich gerade. Ich könnte viel besser spielen, aber irgendwie ist grad... Irgendwie ist grad... Nicht mehr drinne. Weiß nicht. Wobei Tech auch ziemlich nervig ist, muss ich sagen. Also, ein bisschen... Also, irgendwie ist Tech nicht... Wir machen halt nicht so viel Schaden laut, finde ich. Weiß nicht. Das nur mir so vorkommt, oder... Das... Doch tatsächlich so ist... Okay, ihnen... Okay, okay. Alles zurück mit dem Schaden. Ne, aber irgendwie... Bei manchen Gegnern geht das. Bei manchen irgendwie gar nicht. Irgendwas Tolles. Nö. Willst du uns heute nix geben? Ich weiß, ich müsste meine Herzen da... Also, da in die Stacheln opfern, aber... Mach ich vielleicht, wenn wir jetzt noch Herzen finden. Dann, dann, dann lohnt sich das. Weil der Raum spuckt einem doch mal ne Kiste aus mit paar Schlüsselbomben. Das lohnt sich allemal. Mann, Alter. Da, das meine. Tog mal, die Gegner sterben einfach... Gar nicht. Ja? Warum? Warum? So. Weiter geht das. Boah, ich hab echt was im Hals. Voll in Frosch. Ist mega schlimm. Nein, nein. Ihr sollt keine Spinnenspur kennen. Kommt. Okay, ihr seid... Guck mal, ich kann auch hier... Ne, kann ich nicht. Achtung. Ja, toll. Ja, was soll ich da machen, ey? Was ist das denn? Unbreakable. Was? Wie, Unbreakable? Das wäre ja voll nice, wenn ich jetzt... Unbreakable wäre. Boah, naja, streift mich die Stacheln, ey. Okay, krass. Und so ne Pille. War das Half Up? Das war doch bestimmt Half Up. Oh, Gott. Oh, wir haben ein Tanuki-Schwänzchen, sehe ich gerade. Loy. Ist ja krass. Geht doch in die Luft, ey. Meine Güte. Das, warum halten die so viel aus? Verstehe ich nicht. Oh, da ist doch noch so ein Groß... Oh, nee, Alter. Ein großer Bossraum. Oh, da ist da Kälte rum, ne? Da könnten wir... Ja, machen wir das? Ich weiß es nicht. 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 Vielen Dank.